Was haben wir in den Austausch? Wir hatten Kontakt zu Leapsam mit Kollegen und es geht mir vor allen Dingen um den Austausch. Also Leute treffen, Menschen treffen, die sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzen, den Austausch zu haben in unterschiedlichen Unternehmen zum Thema New Work und Neuorganisationsformen. Was haben wir in den Austausch? Wir waren sehr gut, dahingehend, dass ein sehr breites Spektrum an Teilnehmern dabei ist, sehr interessante Diskussionen und Beiträge, das heißt vom Programm her, aber eben auch der Austausch innerhalb der Teilnehmer war sehr gut. Wir müssen schrittweise vorangehen, also wir können nicht mit einem Mal anschalten, jetzt ist New Work oder New Leadership, was auch immer angesagt, sondern wir müssen stückweise mitnehmen die Mitarbeiter bis zum Vorstand alle und dann klappt das. Ja. 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 Vielen Dank.